Und hallo Freunde, willkommen zu Let's Play GTA 5 zum zehnten Part. Ja, schon bei Part 10 befinden wir uns. Ja, es ist kaum zu fassen, aber es ist leider schon so. Und ich habe jetzt was festgestellt, ich glaube wir müssen da jetzt rein oder so. Ich bin mir jetzt aber in der Zische. Nee. War ja schon klar irgendwie. Aha. Ah. Ah! Man, who gives a fuck if he's gay or not, man? The man is not married. It's his business. Leave motherfuckers alone. Look, I'm just saying that it's the hypocrisy that I can't stand. You know, I mean, of celebrities. I mean, PG, right? He says he's a killer and a murderer and all that great stuff. And then, what? He loves his mother and likes show tunes. I mean, really, what kind of stuff is he's a killer and a murderer and all that great messages that send in our kids. You know what I'm saying? The guy's a fraud. Well, why do you care, man? Yeah, because. You know why? Because they all think they're gods, right? Well, fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. Fuck them. They're not magic. No, no. They're no better than me. They're no better than me. Shit. Oh, shit. Oh, my God. It's Miranda. Miranda, I love you, Miranda. Come on. Come on. It's fucking Miranda. Fucking Cowan. Man, look. No, no. Leave me out your shit, man. Oh, no, no. We can make Boku bucks here, man. We get one picture of her hairy legs or her aging muffin. We are in the money, man. In the money, bro. Come on. Come on, man. Come on. What the fuck is wrong with me? Oh, shit. Let's go. You drive. I'll get the shot. Ooh. Go, go. Get us right up alongside that limo. Go, go. Invade that bitch's privacy, man. Let's go. Get up there. I got nothing here, man. We might do better if you shut the fuck up. I can't get the shot from here. Come on, I can't shoot shit from here. What the fuck do you think I'm doing? Geh mal, geh mal, geh mal, geh mal! Du hast Mark Vossenbergs Wifes Leben verurteilt! Ich glaube nicht, sie schlägt eine Spielball in sie, Mann! Das ist Journalistische Gold! Nicht so nah! Du hast seine Leben verurteilt! Jetzt mache ich meinen Tag! Gib mir was! Alles! Oh, stopp pretend, zu kreien! Mann, sie nennen sie nicht eine Silicone-Schlattern für nichts! Sie sieht wie ein Bluthound in einem Windpuffel! Gott, ich liebe Hound! Mann, ich weiß nicht, wie viele Bilder der jetzt hier noch machen will. Weil mit dem Motorrad zu fahren ist auch schon ziemlich schwierig. Fuck you, Beverly! Das ist meine! Oh, nein, nein! Das ist der Bottomfeater Madison! Oh, jetzt haben wir auch noch ihre Konkurrenz bekommen! Wo ist deine Dichtung, Mann? Vergiss Miranda! Wir können ihn nicht meinen Exklusiven verurteilen! Geh ihn an ihm! Ich werde den Weasel wegküren! Nein, nein, nein! Geh nach diesem Motorrad! Oh, jetzt müssen wir uns auch um den Typ wieder kümmern! Oh, komm! Er geht noch schneller! Na, warte, den Typ kriegen wir jetzt auch noch! Oh, komm! Er geht weg! Komm, komm, komm! Alter, ha! Er ist nicht meine Glutheide! Nein, nein! Jesus! Du musst den Typ zu töten! Oh, und das kommt von einem Essen und versucht ihn einfach zu kümmern! Sooo! Sooo! Jetzt ist es fertig! Ein schreckliches Exklusiv, aber das Leben muss weitergehen! Und ich bin schon leid für mein nächstes Takeout! Los geht's! Geh die Hölle raus! Jetzt kann er auch da seine Bilder verkaufen oder was er da auch machen will, weil er mehr Menschen umsonst diese Limousine da fotografiert! Oh, und Rolls sieht das auch cool aus, das Auto! Sooo! 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 Mit ihm normalen Geld Peace, Alter! Alter, das ist doch Hey! Das ist voll der Klitschmann Ne BEST crashes Okay, hier sind ja noch Autos für mich. Boah, ich will jetzt mal wieder mit so einem Gangster-Auto hier fahren. So. Dann gucken wir gerade mal, weil der Michael ist ja schließlich auch noch da. Okay, dann würde ich sagen, tauschen wir jetzt mal die Charaktere. Jetzt gehen wir mal zu Michael, Huber, weil bei dem waren wir eigentlich auch schon lange nicht mehr. Da können wir es jetzt eigentlich ja mal versuchen. Genau. Huber befindet in der sich jetzt. Schwer zu erkennen. Aha. Das ist ja mal lustig. Mal so dezent mal so die Stühle umgeschmissen. Okay, dann gehen wir jetzt mal hier zur Mission. Und schauen, was da so abgeht. Aber erstmal muss ich jetzt aus diesem Kaffee hier rauskommen. Also... Aber schon mal gut, dass er einen Anzug anhat. Na, sowas macht er also. Ja, was ich ehrlich gesagt auch cool finde in GTA 5. Dass dann jede Figur irgendwas anderes macht, wenn du gerade... Also wenn du mit einer Figur spielst, machen die anderen irgendwas anderes. Und zwar automatisch. Das finde ich ja cool. So, und jetzt in der Zeit, wo ich jetzt hier mit dem Frank... Also in der Zeit, wo ich jetzt hier mit dem Michael fahren, macht der Frank wahrscheinlich schon was anderes. So. Oh, hier haben wir ja auch schon die Mission. Na, dann fahren wir einfach mal jetzt hier lang. Ha. Was hat's gebracht? Nix. Hä, irgendwie stehe ich jetzt hier auf dem Schlauch. Boah, Alter, das war ja auch ganz schön knapp. Boah, Alter, das war ja auch ganz schön knapp. Ho, ho, ho. jetzt bin ich mal gespannt was es jetzt wieder für eine mission gibt abis kleines mädchen auch ich zum ich 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 und ich ich So, dann mach ich etwas. Beside, du bist da. Warum nicht mich? Das ist das, was du willst? Du bist von deinem Sonn? Ja! Nein! Ich möchte, du etwas machen. Beside, du bist da, zu essen! Ja, gut. Danke für die Wunschung, Dad. Das bedeutet viel. Warte. Ich versuche, dich zu helfen. Ja, nichts sagt, dass ich dich liebe, wie ich meine TV schrauben. Nichts. Nichts. Entschuldigung. Ich wollte nur, dass wir zusammenarbeiten können. Was? Ich weiß nicht. Gehen, spielen, spielen. Ich weiß, dass ich ein schlechtes Glamen habe. Bicke-Ride, dann. Bicke-Ride? Wollen wir auf eine Bicke-Ride gehen? Ha! Also das war jetzt auch mal ein Schuss in den Ofen. Ein Bicke-Ride über die Spoochee-Beech? Okay, Dad. Ich habe nur das, was dir zeigen. Hau! Ich glaube, man kann sich ja auch hier noch umziehen werden. Wollt ihr was? Wollt ihr das? Wollt ihr was? Hier konnte man sich doch hier auch noch umziehen? Wollt ihr das? Die Frage ist jetzt nur, wo? Ah, hier ist auch noch so ein Gymnastik-Ball Hier war doch irgendwie Aha Okay So, dann fahren wir jetzt mal dahin Kann auch vielleicht ein bisschen abnehmen da, der Junge Also eigentlich war ich ja auch immer gerne ein Fahrrad, aber wenn das Wetter so schlecht ist, dann macht es eigentlich auch keinen Spaß Wenn es etwas anderes ist, was du mir gesagt hast, dann ist das auf dich Alles klar, aber sie haben es verdammt Und wer weiß, was sie machen würden, wenn sie mich gefunden haben Aber ich habe nicht erwartet oder wollte, dass sie getötet werden Du denkst, dass ich ein paar Leute rauskriege mit meinem Sonnen? Schau, ich wusste, dass du ein schlechtes Mann, aber... Oh, ein schlechtes Mann? Ein kreuz, ein kreuzer, ein thiefer, ein leger... Ich glaube, ich bin alle diese Dinge, eine Zeit oder andere, richtig? So, was? Ich habe immer gedacht, ich bin der guten Mann. Ach so, das... Okay, ich dachte... Das wäre auf jeden Fall noch weniger als ein Kilometer Was ist es? Wenn du die gute Leute... Was machen die Busse denn? Ich wusste, du bist der Typ der Person, die andere Leute in den Weg bringen Aber ich habe nicht gesehen, was das passiert ist Ja, naja... Das bin ich, Jim Und ich habe versucht, mein Bestes, die Dinge unter Kontrolle zu bekommen für die letzten 10 Jahre Aber das war eine extremste Situation Und ich hatte das Ein normaler Mensch hätte das gemacht Ja, naja... Ich hatte das... Um zu schützen... Um zu schützen... Um zu schützen... Ja, du sagst dir das... Wenn du siehst, wenn du siehst, jedes Mal du siehst, du siehst. Hier sind wir. Der Busse der Busse. Bitte, nicht den Busse der Busse der Busse aus, wie... Vorher zu haben... Jo, jetzt wird es bestimmt richtig chillisch Hey, Lea, du hast meine Texte? Hey, du! Zwei Beine! Take your pick! Hey! Du und wir beide sehen toll! Hey! Ja, man! Das wird das tun. Wenn ich es zu Ende des Piers erst mache, dann verkaufst du mir einen großen, neuen Flatscreen! Ach, das ist ja cool! Yeah! Ende des Piers? Alles klar! Aber wenn ich dich verletze, dann wirst du dich wie ein menschlicher Mensch! Hey, Pop! Du bist so ein Hilfsmann! Alter, das macht ja mal richtig Bock, hier mit dem Fahrrad zu fahren! Nyaaah! Hey, kein Ruppe! Hey, hey! Get out of the air pocket! Come on, Jim! Keep pushing! I've never biked with the man who murked my Flatscreen! Hey! Don't they have fitness video games you can play now? If I have a heart attack, it's your fault! It's not for you! Hey, going to the gym later? Oh yeah! Okay, es war jetzt auch schon peinlich! Alter, wie ich da gefailt habe, ey! Oh mein Gott! Alle aus dem Weg! Hier kommt der Hoppszocker 100 mit seinem Fahrrad! Oh mein Gott! Ah! Ob ich den jetzt noch kriegen werde, das weiß ich jetzt auch nicht! Und ich will das nicht! Oh Gott! Achso! Jesus Christ! Wenn ich weggehe, weggehe! Ach! 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 No 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 Guck mich mal an hier, voll Gangster Wooh, that's it. Number one, pal. You owe me a TV. Hey, I never agreed to that. You know, this is real nice, Dad. Bonding, good times. Yeah, well, I'm giving it my best shot. Hey, we're having fun, right? You wouldn't know fun if it sat on your face. Ah, come on. I mean, why do I have to hold your hand through this whole midlife crisis bullshit? And why don't you stick your nose up Tracy's butt sometime? Because Tracy doesn't buy cars she can't afford so that thugs break in our house. Tracy doesn't get kidnapped or destroy my yacht. Well, that's just because she's too busy getting fucked by dudes to get on TV. You don't talk about your sister that way. Well, I'm sorry, but it's true. I mean, according to her Life Invader page, she's hanging out with producers and porno guys this afternoon. What are you talking about? Actually, it's all happening right out there. What? That boat that makes yours look like a refugee raft? You know the kind of boat. The one that makes a young, impressionable girl, drop her pants and spread her legs. This is the reason you brought me here, isn't it? You fuck! Ah! Dad, wait! Come on! Damn man! Come on! Come on! You fuck! You fuck? You fuck! You fuck! You fuck! Und jetzt schwimmen wir auch mal zur Yacht, würde ich sagen. Alter, jetzt geht's ja mal richtig ab hier, meine Freunde. Ha. Und das ist ja jetzt auch noch jetzt, das ist wahrscheinlich die Yacht, die wir vor einigen Parts verloren haben. Na, schwimmen wir jetzt einfach mal hin. Oh cool, ich glaube, da kann man auch mit Schitzki fahren, da bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. So, dann schauen wir doch mal. Oh. Danke. Ich bin ein Danzer, ja. Hey, Mann, Jane, whoa, whoa, whoa. Dad? Come on, ich werde dich aus hier. Dad, du hast mich verletzt, diese sind meine Freunde. Ja, du hast verletzt, Mann. Sie sind hier verletzt, hier. Sie verletzt porno all over town. Mom rented unsere Haus zu ihnen letzte Sommer. Was? Das war Haus? Ja. Man, du hast eine Killer Padme. Ich glaube, jetzt gibt es noch mehr Geschicht ab. Alter. Oh, ho, ho. Alter. Oh, M.G., sie kommen. Geh in die Outlet. Geh weg, bevor mein Vater dich töte. Wenn du so sagst, Trace. Alter, wieso kannst du dich nicht treffen? Ach, das ist zwecklos. Die Outlet, komm her! Ja, Mann, jetzt können wir aber hier mit dem Shitsky fahren, was ich sehr cool finde. Wir werden es da schützen, Michael. Alter, ich bin ja fast am Verrecken, Mann. Ich bin ja fast am Verletz. Jeib. Ich bin ja fast am Verletz. Ich bin ja fast am Verletz. Ja, Mann. Ich kann dich an einen Planeten. Ja, Mann. das war jetzt mal fehlfreunde okay wir machen es jetzt noch mal ach so da unten ist nämlich ein tummel höchst interessant alter jetzt geht es ja mal richtig ab ja ja alter Oh, jetzt müssen wir irgendwie richtig wegkommen. Tja. Also irgendwie macht es schon Spaß hier in diesem Jet Ski zu fahren. Ja man. So ist das Leben, Alter. Ja. Es ist nicht okay. Es ist schrecklich. Ich kann nicht glauben, dass du das gemacht hast. Oh, 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 chill. Oh, same? Ja, was hast du gesagt? Ja, nein, nein, keine Angst. Es war ein Freude. Ich glaube, es war ein Freude. Du bist nur froh, wenn du gebetet hast. Nein, ich bin da. Du musst mir nicht bedanken, dass du dein Leben von diesen Maniaken zu retten hast. Du bist nicht so cool, wenn man so einen Jet Ski fahren kann. Also, Rockstar Games hat schon vieles versprochen, was sie in ihren Trailern gesagt haben. Das finde ich ehrlich gesagt auch sehr gut. Gut, dann fahren wir jetzt mal wieder zum Ziel, würde ich sagen. Und ja, wir nehmen jetzt außen wieder viel zu lange auf. Aber, hey Leute, das hab ich gelohnt. Aber, hey Leute, das hab ich gelohnt. Du, du fucking asshole! Listen, he's the fucking asshole, okay? He smashed my TV and he took me to the beach. The beach, with my skin. So what, you send him out to spoil my day too? I didn't know that he was gonna come get you. I just told him where you were. You know, he's got that crazy look in his eyes. You know, like he gets sometimes and he just went. I'm getting a cap. Coming with you. How about I just drive us home? Tja, das ist wohl auch dumm gelaufen. Beim Geass haben... Gestand ... Bestanden. Ja, erst mal ein Rauchen hier. Jo, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Obwohl, jetzt könnt ihr vielleicht noch ein paar Sekunden hier die Aussicht auf das Meer genießen. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part. Tschüss, Freunde.